Janten! Nicht mit mir. Wenn du mich noch einmal abdrängst, lebst du am Holz. Hast du ein Problem? Mich knipst du nicht ab. Aber du platzt mir den ganzen Güterzug. Ich bin nicht Charlie. Überleg dir's gut. Bei mir gibt das Kleinholz. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich bin doch ganz normal gefahren. Oh ja. Ich glaub, du wirst langsam zu alt für sowas, Egon. Alt geh'n doch um deine Tricks zu kennen. Wenn du so weiterfährst, dann bin ich dir das Fliegen bei. La Caffe.